Das ist von dem Unfall, den ich letztens hatte. Ach so, hier bei BigFM. War das nicht der heiße T? Das BigFM, den klären wir jetzt hier auf, war Fake. War doch Fake, gut. Das hier ist aber da, wo mir das Auto auf die Hand gefallen ist. Beim Stalker-Crash-Chat. Das ist noch die Narbe. Aber das hier, die kleinen Punkte, das ist meine Schuppenfleche. Die bricht schon auf der Hand auch wieder aus. Mehr von SISO auf Clixoom.de, die Online-Talkshow. Jetzt abonnieren! Sprecher wohl! Sprecher mit Schraren könnteotisch ausgelten unos toy Mans liness